Der Käpertobi vom Karavansalon 2017 in Düsseldorf. Ja, ist der letzte Tag angebrochen. Ein bisschen Wehmut kehrt ein, weil, ja, das ist einfach die geilste Zeit gewesen. Ich kann es nicht anders sagen, aber wir haben ja noch den Tag und es sind noch vier Videos auf die 300 und es sind noch vier Videos auf die versprochenen 100 vom Karavansalon und nach dem sind es bloß noch drei. Also, ich zeige euch jetzt. Viele haben gefragt, was ist mit Lastrada Camper, Tobi? Zeigst du uns noch was? Wir haben hier ein Allrad Lastrada und zwar eben ein Avanti L-Kleid. Avanti L, normale Dachvariante. Wir haben hier, damit man den Allrad gleich erkennt, auch die tollen Schlappen. Da gehe ich jetzt mal rüber und das Tolle ist, das ist der 163 PS auf Citroën Basis. Das ist jetzt wirklich neu, weil Lastrada kann man jetzt auch den Citroën kaufen. Und jetzt zeige ich euch mal hier diese schönen Reifen. Also, das Auto, das sieht wirklich aus, das ist elegant aus, in diesem weiß-schwarz mit Allrad und 163 PS. Und jetzt gehen wir mal kurz rum. Ich habe euch ja schon mal ein L gezeigt. Hier haben wir eine sehr interessante Kombination von der Innenausstattung her. Dieses Fahrzeug hat jetzt keinen Doppelboden. Wir haben auch noch ein bisschen mehr Licht. Da gucken wir mal, ob wir Ambientebeleuchtung ankriegen. Seht ihr, da ist noch gar nichts eingeschaltet. Ich gehe jetzt mal rein, drücke mal die Lichtschalter und dann können wir auch dieses Lastrada eigene Licht noch einschalten. Ambiente da oben. Genau. Wunderbar. Also, hier haben wir das Bad und hinten haben wir bei dieser 6 Meter Version ein Heck-Querbett. Wieder mit toller Matratze und natürlich Foliesystem. Ja, also die Qualität Lastrada. Bitte schaut euch die anderen dutzenden Videos an, die Lastrada, oder die ich von Lastrada-Typen gezeigt habe. In allen Formaten, Größen, alles ist erklärt, was Lastrada angeht. Also, wie gesagt, da gibt es einen Riesenfundus. Hib mal Lastrada auf dem Temperturby-Kanal ein und ich werde jetzt sehen, was da schon alles möglich ist. Jetzt bleiben wir mal am Preisschild hängen. Dirk Bagen passt jetzt so, wie er da steht. Ganz knapp 80.000 Euro. Und da ist natürlich schon ganz viel drin. Wir haben Silber-Innen-Dekor, Nuss-Technik-Paket, Kontor-Paket. Also, ihr seht, da ist einiges möglich. Ja, wie gesagt, vom Fiat der Allrad noch nicht erhältlich. Und deswegen jetzt hier von einem Dangel 4x4 verfügbar mit dem Modell Jahr 2018. Das heißt, jetzt beim Lastrada hinter die Stellen des Fahrzeugs. Sehr schön. Also, ganz kurzer Bericht jetzt über den Lastrada Avanti L mit dem Dangel-Allradantrieb. Hier wird nochmal fleißig drüber gewischt. Der Ansturm am letzten Tag. Der Puschel passt sehr gut ins Feld. Farbenfroh. Ja, toller Wagen. Also, da hat Lastrada wirklich eine tolle Option jetzt mit dem Citroën. Ich wünsche euch was. Bis gleich. Ich habe da daneben noch was stehen. Das zeige ich euch. Und dann haben wir noch zwei Videos zu den 100. Also, bis gleich. Der Kemper-Tobi vom Caravansalon. Letzter Tag am Sonntag, den 3.9. Die Sendung. Vielen Dank.